So, Frieden 2 Level 12 Nein So Okay Wow Scheint ein größeres Level zu sein Aha What? Wo? 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 Oh, du Kacke Alter, hier geht der Kranchi-Fell ab Oh Gott Okay, jetzt kommen wir hier als einfacher anruhen Uuaah, geht aber schlecht, wenn hier einer im Nacken sitzt Geht doch Meine Güte Na komm Junge Danke dafür Danke Grazie Geht doch otal Ach du Kacke, oh mal alter, der hat schon hier zu heftig, oh, unser Freund ist gerade gestorben, auch nett. Er ist mal schön hängen geblieben hier. Was denn, wo denn? Woops, ah, er wird sofort sterben. Danke. Oh Gott. Oh, mein Gott. Alter, warum schießt ihr denn die Wahlen? Kriegst du ja eine Macke. Ach, Mann. Ah, von der Kambi. Gut. Ach, Mann ey. Licht noch mehr, angeleuchtete Armleuchter. So. Äh, hier brauchen wir was Gelbes. Ah, das war schon klar. Hier haben wir aber was Blaues. Äh, gut. Was? Ach, nicht, hast du fallen. Na, hast du fallen. Eher hast du fallen. Aaaaaaah. Scheiße. Ach, krieg immer noch Schalen, dieser scheiß Brühe, Alter. Wer ist das? Ich muss mich also nicht auf die Brücke halten. Oh, was ist denn das hier? Hat sich die Tür nicht... Hat sich die Tür nicht... Hat sich die Tür nicht gerade probiert gehabt? Oh, oh. Ah! Was ist das? War nett. Ah, okay. Geh mal eine Runde rum. Ach du Kacke. Oh mein Gott. 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 Kommen wir hier raus? Kommen wir hier rein? Okay. Da kommen wir nicht rein. Aber, aber wir können hier schon mal aufräumen. Gibt's dir scheinbar erstmal nicht. Sehr schön. Ach, das ist hier von wo die ganzen Pinkies und so kamen. Hab dich gesehen. Komm mal her. Wir kommen jetzt her. Danke dafür. Ich sag. Was ist denn das hier? Aha. Oh mein Gott. Oh. Ah, genau. Hier ist auch wieder ein Bereich von wo wir kamen. Hier ist jetzt offen. Ach du Kacke. Ich sag mal. Oh mein Gott. 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 Äh, wisst ihr was? Hier kommen wir her. Danke. Oh. Oh. Wow. Okay. Ich bin jetzt hier. Diese Map gehört uns. Ach du Kacke. Ach du Schei. Deswegen hat also das mit dem Lichtzug gestockert ist ja wirklich relativ groß die Map. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott... Hallelujah, das wird ein Spaß. Das wird einactiger Spaß. Okay, gut. Aber wir haben schon recht viel erkundigt. Was hast du? Was denn hättest du da? Wir haben schon fast die Hefte erkundigt. Okay. Na gut. Wow. Also ich schalte nach einer anderen. Wo führen denn die ganzen Schalter hin? Aha, aha. Wow. Meine Fresse. Ach, schreib mich doch nicht so. Gibt es noch mehr? Zielgeleitete? Zielgeburten? Ich wollte nicht Missgeburten sein. So, hier ist wieder das mit der Falle jetzt, wo ich aufpassen muss. Ach Gott, ich hab kein Problem. Genau, von hier kommen wir. Okay. Ah, gut. Das klappt. Da, weißt du was? Aha. Ha, ausgetrickst, ihr Bitches. Der andere müsste hier jetzt sein. Komm, schieß, hier, schieß. Ach, fuck. Schieß. Das läuft nicht. Ich wollte, dass dieser Archer-Tron praktisch diesen Kacko-Dien betrifft. Gut, wenn der Kacko-Dien ist, komme ich da relativ glücklich rüber. Ach, weißt du was? Komm hier. Okay. Klappe. Klingt ja grauenhafter. Was ist das da? Hä? Oh, äh, ja. Zoom-Taste gibt es natürlich nicht. Nicht wie bei MyTest oder ähnlichem. Ach, das ist eine normale Wache. Ist eine stück langweilige Wache. Kommen wir hier irgendwo weiter? Nee, ne? Auch nicht. So, die Frage ist, also, wie kommen wir hier rauf? Erstmal gar nicht. Akzeptiert. Was? Hätte doch, hab ich? Hä? Scheiße. Fuck, 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 fuck. Hatte ich nicht. Wow, und für den Sechf Patron. Ah Gott, okay. Danke. Danke. So. Kann ich jetzt darüber? Ach so. Falsch, falsch. Ich war doch schon drauf. Oh, was macht denn hier? Rauf, los, zack. Was? Ach so. Ja, der kriegt den ersten Fakt. Was ist denn hier los? Gut, wir haben den blauen Key. Wir können jetzt also zu dem linken Reich vorstoßen. Der ist da. Ja, genau. Hallo, ich bin's, der Neue. Ach nein, Alter. Äh, nein. Ich hatte sicher, die sich rein teleportieren. Ach so, taaake. Boah, Alter. Oh. Ne, was? Mag ich doch, ich geht was auf und runter. Da ist der jetzt ein Secret. Oh, wow. BFG. BFG, ich komme. Jawoll. Schade. Mehr Siegues gibt es hier nicht. Ja, hier waren wir auch schon. Da ist der Tasch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was tue ich denn hier? Nein, ich glaube, ich bin einfach. Fuck. Alter, wo sind denn die ganzen Fücher überall? Oh, das ist ja noch einer. Meine Fresse. Der ist noch ein Artertron. Äh. Wirbel nennt. Nein, 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 nein. Oh, Alter. Also, was habe ich denn auch geweckt? Oh Gott, hier geht es ja ab wie in einer, weiß nicht, im Irrenhaus. Ich habe, ich habe eine Kostikur zugemacht. Ach, ich bin doch am Arsch. Ist doch nicht mehr normal. Hier, wo bin ich jetzt? Fall, stopp, erst mal triangulieren. Ach so, äh, wow. Ich habe die. Ah, meine Fresse, Alter. Da kriegst du ja echt eine Füllgeburt. So, Nummer 1 ist weg. Nummer 2 ist weg. Hallo? So, geht doch. So. Hä? Hallo? Ah. Danke. So, jetzt muss ich aufpassen, weil die sind Gegner. Frage ist nur, wo überall. Ah, auch nochmal Plasma. So, gerade Plasma und Waffe. Apropos Plasma und Waffe, habe ich hier von eigentlich auch schon 2. Ja, habe ich. Und beide aufgefüllt. Sehr schön. Äh, ja. Nein. Hallo? Hi. Sollen wir Freunde sein? Na? Ja, ich renne schon wieder den gleichen Gegnern in die Hände. Was gibt's doch ja hier? Ja, komm her. Okay. Oha. Ähm. Wie geht das hier? Boah, ist das jetzt auf der falschen Seite? Ah, nee. Ist mir nur zu große Verschwendung. Den erledige ich lieber später, manuell. Ah. Gut, mach. Ah. Was ist das? Lasst Emily. Was ist das? Also, von der Moment, ich rüber sage jetzt auf interviewer. Die Store war früher. Deckmation. So was ist das jetzt hier? Achso, einfach nur Optik. Okay. Ach, das ist ja doch einer. Ich dachte, das war's, der Revenant. Alter, wie ein Munitionsverbrauch. Das gibt's doch ja nicht. Ah, hallo, ich bin raus. Da ist noch ein Dickster-Boomster. Oh Gott. Okay, für die... Ach komm, ganz ehrlich, hier, wisst ihr was? Wow, erstmal schon daneben. Das mit dem Zielen üben muss ich aber noch mal üben, ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. Wow, das war ja schön. Quasi perfekt daneben. Aua, auch wieder drei. Alle weg? Ja, alle weg. Sehr schön. Ah, ich hab' nen ganz schönen Munitionsverbrauch hier. Danke. Oha. Aha, Gleise. Aha, Gleise. Ich find, ich find geil, ich find Gleise immer geil, aber... Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Maps? Maps? Das mit Gleisen, find ich automatisch sympathisch. Ihr habt keine Ahnung warum. Danke. Danke. Erstmal ein bisschen, äh, Munition einsammeln hier, ne? Kann nicht schaden, da kommen wir leider nicht ran. Danke und danke. Äh, danke. So, jawoll. Und dann haben wir... Ah, das war dumm. Das war dumm. Ja gut, okay. Die restlichen zwei Packs können wir sie noch aufheben. Wir müssen ja nicht gleich sofort alles auffüllen hier. Gut, dann, äh, gehen wir erstmal... Hier ist noch ein Schalter. Oh, ja, das war klar. Das war fast klar. Oh nein! Was mach ich hier? Oh Gott, Alter. Äh... Kann ich mir was zu viel dazu machen? Nee, ne? Scheiße. Jaaaa! Jaaaa! Wollte ich geplant, aber doch, ist geil. Komm her, komm her, du kommst jetzt sowas von her. nein wie kann man so ausweichen dass man jedes mal getroffen wird ja die toilette ich jetzt zu ah ok ich tue mich nicht auf Hä, ich hab doch den Blundenkrieg. Ach, wow. Oh man, okay. 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 Oh. Noch ein Secret. Nice. Okay, ist kein Secret, aber ein Raum. Auf Wiedersehen und Munition. Gut. Das war doch perfekt. So, jetzt kriegen wir nichts auf. Wir müssen also durch die andere Seite. Okay. Willst du was, dann würde ich mal sagen, Augen zu und durch. Kann an die Schaden. Auch wenn mich diese Lost Souls schon echt ankotzen. Ich versuche erstmal die Lost Souls wegzubekommen. Die Frage ist nur, die Frage ist nur, wie. Haben wir irgendwo einen Unterschlupf, den wir missbrauchen können für sowas? Okay. Okay. Alles auf das Gelände hier. Okay, komm. Auf und durch. Durch und zu. Augen zu. Durch. Goddammit. Und durch. Da kommt! Und Leute... Danke! Ah, Kindlein! Das ist ja hier ein Trauerspiel. Oder ne? Ach so! Hat er wahrscheinlich die gleiche Aufgabe. Oh! Okay! Okay! Komm ich hier hoch? Nee! Da ist ne Tür! Okay, vielleicht komm ich da von hier aus rein. Hier war ne Tür, wo denn? Ach da! Aha! Ah! Okay! Ah! Ach! Wo ist die Züge rauf? Okay! Äh, war das auch geklärt? Genau! Genau! Hier sind jetzt nämlich die Anderen. Das war dumm, ich weiß! Nice! Oh! Oh Mann, Alter! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Das scheiße! Oh Mann! Oh Mann! Das klingt, habe ich gerade irgendein Monster freigelassen. Kann das sein? The question ist nur wo. Hä? Was habe ich jetzt gerade getan? Ich habe irgendwas... Ich habe doch gerade zwei Schalter gedrückt. Ah! Einer war hierfür. Nice. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir. Okay. Boah, Alter, so viele Schalter. Kriegst du ja Markvorstimmung. Da war ich bereits drinnen. Was könnte denn der andere Schalter jetzt gerade ausgelöst haben? Mal gucken. Der Schalter war... Hier und ich habe es gerührt. Es muss also irgendwas in der Nähe gewesen sein. Hier gibt es aber nichts, was noch unerforscht ist. Ich habe keine Ahnung. Hat sich jetzt auch was getan, was ich vorher noch nicht gesehen habe? Ich habe keine Ahnung. Oh nein. Wow, 4,86er. Nice. Okay, gehen wir einfach hier lang. Da ist die Tür, okay, geht hier auch, ist da oben, keine Ahnung, aha, okay, waaaaaah, du Scheiße, WTF, WTF, ihr wollt euch doch ficken, boah, Alter, ihr wollt euch doch grad sowas von Anal-Destroyen, wisst ihr was, hier für euch gibt's erstmal die Dinger, reichen aus bei euch, WTF, du kleiner Huubon, die machen mich verbot, oh, jetzt ist was geöffnet, ach, hier hat sich, ah, ne, ey, hier war ich doch schon, ey, da war ich schon, ist doch egal, äh, das war dumm, ich weiß, ich dachte, ich krieg den so richtig locker flockig geschnappt und das wurde kacke hier, so, hier, antragen, Boah, Alter, ihr macht nicht gaga, antragen, du auch, danke, goddammit, so, jetzt ihr, Plasma gegen Plasma, hä, wie gefällt euch das, ah, jetzt merkt ihr mal, wie sich eure Gegner fühlen, gegrillt bei 380 Grad mag keiner, bitches, geht doch mal im Gang lang, sieht so aus, oder? Ah, nee, nee, doch, nicht wirklich, okay, oha, ja, da muss ich ja noch wieder hoch, achso, apropos, jetzt mal hier nachladen, danke, so, jetzt so, okay, Ach, du noch, wie, da? Oh, Alter, noch so ein Viech Komm her Wow Dankeschön So, jetzt nochmal die Plattnummerwaffe holen Danke dafür Oh Okay, hoch Ja, mach doch Hallo Hi Hallo Hallo Hi Hallo 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 Hi Hallo Hey Warte mich Hallo Oh, Megasphere Nice Oh, was war das gerade? Ah Was geht denn hier lang? Wow, 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 wer schießt hier? Leute Äh, man bitt in Ruhe Okay, hier war ich bereits Ach, gelb Oh, ich hab ja schon eine gelbe Karte Das war mir ja auch schon Das warb mir ja völlig entfallen Und wo denn? Ich sehe keinen Also gibt's doch keinen Blütenpresse Ach du Scheiße. So, hätten wir. Oh, langsam muss ich aufpassen. Wir haben nicht mehr so viel Munition für Plasma. Yay. Gut, das war gerade jetzt eine völlige Verschwendung, aber ist auch egal. Was geht denn hier ab? Aua. Äh, wie du haustest du mich? Das ist nicht fair. Und auch nicht nett. Oh, Botaki. Äh, wie komme ich da ran? Oha. Ach so, okay. Ja, hier geht es einfach rundherum. Gut, dann gehe ich lieber von der Seite. Das erscheint mir übersichtlicher. Ja, wobei, nicht wirklich. Ähm. Falle? Fragezeichen? Hier gibt es Säure. Schon mal sehr löblich. Säure ist gut für die Haut. Das hält die Jungen. Äh. Ach du Kacke. Wow, das war es mir wert. Alter, wenn der rausgekommen wäre, der hätte erst mal alles wiederbelebt. Hätte ich von vorn anfangen können. Mit meiner Säuberungsaktion. Aber war ja ohne. Danke. Hallo. Danke. So, die Frage ist, kommen wir hier rum? Nein. Schaltet das da auch keiner, oder? Ne, das Ende. Okay, wie kommen wir denn zu dem anderen Bereich? Scheinbar kommen wir hier doch nicht lang. Dann kommen wir doch nur hinten rum. Ah, danke. Gut, dann gehen wir hinten rum. Scheint doch der einzige Weg zu sein. Fall hier ist eine Sackkasse, dann kommen wir nicht weiter. Dann kommen wir also nur da. Weiter. Na okay. Gut zu wissen. Hier ist auch noch nichts hier. Ich habe noch keine Falle. Ah, popo Falle. Klick, 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 klick. Mal Lichtsession geben hier. Lichthupe. Ah, hinten auf der Seite hier. Ach, hier ist das Exit. Na, schauen wir mal an. Hier ist nichts mehr. Ah, einmal rundherum. Hier sind noch keine Türen. Hier sind noch Türen. Okay. Wow. Türen, die sich nicht öffnen. Oder? Ja klar, das sind Fallen. Die Option besteht natürlich auch noch, dass wir fallen sind. Hallo, ich würde hier gerne raus. Ah, unser Objekt wurde twisted zu Red Key. Weißt du, was ich dazu sage? Fick dich ins Knie. Yay. Yay. Ja. Ach! Holy Moly! Ihr werdet scharfgeschossen. Die mögen mich nicht. Oh Hier geht es einmal hoch Oh oh Okay Ah Das wo ich fertig gemacht habe Die Gegner Wo kommen wir hier hin? Ah Okay Okay Die Die Magie Die 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 Gut, dann gehen wir... Oh, was ist denn hier? Kein Secret? Schade. Es ist niemals gut, dem Gegner eine Rückmeldung zu zeigen. Das könnte er unter Umständen ausnutzen. Ach, du Kacke. Komm mal her. Du gehst jetzt her. Jünger. So, nochmal nachschießen. Kann nie schaden. Danke. Ja. Okay. Nein, das wäre Verschwendung. Da geht es auch noch weiter, oder? Ja, da geht es noch weiter. Danke. Aha. Aha. Oh, hier geht es auch noch weiter. Hey, habe ich das gerade probiert. Leck mich doch. Leck mich. So, jetzt gehen wir mal wieder hier hoch. Wir brauchen noch den roten Q. War denn der? Ach, da hinten. Wir müssen also zurück. So, hier und dann müssen wir hier irgendwo rein, oder was? Aha. Founded. The Founders Edition. Aha. Prostum. Yay. Ach, du Kacke. Ach, du Scheiße. Oh, oh. Ich denke mal, wir sind unerwünscht. Ach, du Scheiße. What the fuck? Oh, Alter, kannst du euch still bleiben? Boah, die Waffe hier. Ups. Oh, nein. Ach, du Kacke. Ich bin tot. Da passt noch einmal nicht auf und schon passiert hier so eine Scheiße. Oh Gott, ein Aschertron. Und nicht noch einer. Oh Mann. Nöööö. Ich will nicht mehr. Leg mir doch alle an die Eier. Komm mal her. Komm mal her. Oh Gott. Bisschen weit frisch. Nein. Waren das jetzt alle oder kommen noch mehr von diesen, äh, weiss ich kann mal wie die heißen. Ja, komm mal her. Danke. Komm mal her. Komm mal her hoch oder was? Ach, du Scheiße. Och, Alter. Okay, du antraben. Ich dich töten. Außer natürlich, ich schieße fünfmal dagegen. Dann natürlich nicht. Danke. 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 Äh, jetzt sind wir noch mit da oben. Komm ich aber nicht ran, außer ich springe runter. Yay. So, jetzt haben wir die rote, ach du Kacke. Was war denn denn da? Hier ist doch kein Tag der offene Tür, Junge. Wo kommst du denn jetzt her? Hier ist eine geschlossene Veranstaltung. Meine Klasse. Früstung. Oh, ist da noch einer. Und wo kommen die denn? Hier war doch alles zu. Oder sporen die schon wieder alle, ey. Das ist doch nicht mehr normal, ja. Oh, Paya. Komm mal her. Hoch, 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 hoch. Danke. Hoch. Los. Ich muss hoch. Ich muss ins Bett. Mein Weg hat den Geld schon. So, hier war es das Exit und da sind noch zwei Fallen. War doch klar. Ab heute, schau dir, Lüxler. Ach du Scheiße. Können wir das schaffen? Ach du Scheiße. Nein, ich hab mir Bock mehr. Äh, wie machen wir das am dümmsten? Mit welcher Waffe? Äh, am besten. Ja doch, hier. Komm mit der. Nein, nein, halt. Ja, wisst du was? Hier, komm mit Erli. Oh. Auf die Fresse. Oh. 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 Ach, das Exit schon. Okay. Wow. Gut. Wenn das das Exit ist, dann kann ich also jetzt nochmal schon Munition farmen. Halt also, ich hab's geliehen. Löffel ist vorbei. Ich suche jetzt bloß noch ein bisschen nach Munition. Vor allem nach Plasma-Munition. Und dann war's das eigentlich auch schon. Alles andere haben wir eigentlich auch schon. Gut, dann brauch ich nur noch unsere kleinen Geheimräuber da ablaufen. Ich hoffe, dass ich alle wieder finde. Wollte ich aber eigentlich. Obwohl die so grob und ganzen sind, weiß ich ja. Ich lade nur noch mal schnell alle Waffen nach. Okay. Ist das noch geladen? Ja. Ja. Jawohl. Okay. Äh, hier war's nochmal falsch. So, einer der Räume müsste genau hier gewesen sein. Oh, guck mal her. Danke, danke, danke. Danke. Hallo? Äh, hallo, hallo. Danke. So. Hier war kein Plasma. Doch, klar war doch Plasma. Äh, da hab ich ja immer drum herum geredet, Alter. Hier war Plasma. Aber wo? Oder war ja kein Plasma. Nee, nicht? Schade, eigentlich. Gut, hier war die Megasphäre. Ach, komm jetzt. Ach, komm jetzt. Hier war noch ein Geheimraum. Oh, hier ist noch so ein... Viehschung vor. Ach, hier ist noch Plasma, genau. Yay, wir haben alles. Ha, okay, offensiv. Dem komischen Viehschung, werde ich jetzt nicht nachrennen. Wir werden mir einfach nochmal, einfach nochmal zu blöd. Das war hier nochmal. Achso. Plus Sachen, die wir bereits haben. Das war's, ne? Nein, halt. Äh, da. Da würde ich mal sorgen. Das war's, ne? Schau mit vor. Das war's, ne? Ich bin anne Ant Lars und hat eine